Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute habe ich die Elektra Beauty Box wieder für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Mal erscheint die Elektra Beauty Box zwar in einem Umkarton, aber sie selber ist in einem wirklich schönen Täschchen. Ist das nicht liebevoll eingepackt? Also das feiere ich gerade Hardcore. Ich durfte ja schon die ersten beiden Boxen mit euch zusammen aufmachen. Das ist jetzt die dritte Box, die halt rausgebracht worden ist überhaupt und die bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie halt hier einmal vorzustellen. Also vielen, vielen Dank an das liebe Elektra Beauty Box Team. Genau, das ist eine erschwingliche Geschichte. Du hast hier nur Full Size Produkte drin und die kostet ab 13,50 Euro pro Monat und pro Box in dem Sinne dann ja auch. Und ja, ich mache in diesem Video auch eine Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich verlose ein individuelles Beauty Paket, das habe ich letztens auch schon mal erwähnt. Genau, ja, das wird dann zusammengestellt, wenn ich den Gewinner ausgelost habe und wir einfach schreiben, was ich dann da so reinpacke. Genau, hier haben wir hier ein Blümchen Handmade with Love steht da drauf. Also da hat jemand wirklich per Hand das Ding eingepackt und das finde ich schön, das gefällt mir. Das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Genau, wir haben sehr viel dekorative Kosmetik hier drin. Wir haben hier Produkte drin, einfach um sich mal was zu trauen. Das finde ich auch sehr cool. Also diesen Vibe, den die Box ausstrahlt, mag ich gerne. Deswegen habe ich auch heute wieder so etwas andere Lippen zum Beispiel und ich habe auch kunterbunde Fingernägel, aber die habe ich in letzter Zeit immer. Das ist jetzt von Rituals, ein Liquid Lipstick, den hatte ich in der Rituals Surprise Box in der Farbe Plump oder sowas heißt das. Oder Plump, Pflaume, ist keine Pflaume, passt aber zum Oberteil, dementsprechend läuft. Genau, ja, ich muss jetzt leider dieses schöne Kunstwerk auseinander machen. Also das ist richtig toll mit der Kordel und so. Es ist individuell und einfach mal was anderes. Und was die Ladies, das sind übrigens Studentinnen, die die Box gegründet haben, finde ich scharf, sich dabei gedacht haben, ist, dass die hier Produkte reinmachen wollen, die zum einen dazu anregen, mal was anderes auszuprobieren. Und zum anderen halt nicht so, wir packen ein Produkt in die Box, was 100 Euro wert ist und alle anderen sind dann halt so Druckerieprodukte, sage ich mal, einfach um den Wert der Box in die Höhe zu treiben. Sondern wir möchten Produkte in die Box packen, die dann auch wirklich verwendbar sind. Und das finde ich ganz nice vom Thema her. Ja, hier haben die das Täschchen sogar bedrucken lassen. Das finde ich cool, da steht Elektra drauf. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr cooler findet. Ob es eine klassische Box ist, also eine Beauty Box, ein Karton, oder ob es so ein Täschchen wäre. Ne, das schreibt, wie gesagt, gerne. Ich mag beides sehr gerne. Ich verwende ja die Kartons, also die Boxen von den Beauty Boxen gerne als Versamtkartons. Deswegen ist es für mich praktisch. Viele verwenden die auch als Aufbewahrung. Aber auch so ein Kosmetiktäschchen finde ich total super, ne. Also das ist auch sehr praktisch, kann man gut gebrauchen. Ja, und wenn man das vor allem so abwechselnd hat, finde ich es noch besser. Dann kann man nämlich so ein bisschen, ne, es ist individueller. Okay, ja, hier sind so ein paar Produkte drin. Ich suche schnell nach dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das habe ich hier. Genau. Ach, guck mal. Da sind so, ähm, ach, wie heißen die Dinger nochmal? Leute, helft mir auf die Sprünge. Wie heißt das? So, so Schaum, also aus Eiweiß wird das, glaube ich, gemacht, ne. Dann aufgeschlagen und dann in den Backofen. Wie heißen diese Dinger nochmal? Ich weiß es nicht. Die kann man crunchen und so als Topping über Sachen drüber machen. Keine Ahnung. Macht man Zucker mit durch und so. Was ist in meiner Januar Elektra-Box? Genau, hier sind Produkte aufgeführt. Und, ähm, ich sammle ja die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte aus den Boxen, die ich jetzt jeden Monat so bekomme. Das heißt, aus Januar habe ich jetzt eine Box, wo ich auch alles Mögliche hier drin sammle. Und am Ende des Monats setze ich mich dann hin und schminke daraus ein Fullface. Bin sehr gespannt, ob ich das auch hinkriege. Aber ich bin diesen Monat wirklich guter Dinge, weil wir richtig viel dekorative Kosmetik drin hatten. Gut. Ja, äh, im Prinzip ist es ja auch, ne. Ich bekomme so gut wie jede Box hier nach Hause. Entweder in der Kooperation oder eben selber im Abo. Und deswegen habe ich da halt auch nur eine große Auswahl, ne. Sind wir mal ehrlich. Okay, ähm, ja, dann nehme ich mal das erste Produkt raus. Das Größte, was ich hier so habe, das ist von IDC Institute. Da hatte ich letztens auch eine Maske von, die mir recht gut gefallen hat. Ähm, ja. Äh, mal eine Maske. Ginseng Collagen Facial Mask. Oh, ja, ich mag ja Masken, ne. Masken und ich, wir sind ganz große Freunde. Und das sieht sehr, ich weiß nicht, das sieht so aus, als wäre das sehr, ähm, arztmäßig, sehr medizinisch, Entschuldigung, angehaucht. Finde ich cool. Ähm, increase skin elasticity and make a vital skin. Also das macht die Hautelastizität besser, erhöht das und macht eine vitalisierte Haut. Finde ich cool. Ähm, kommt aus Spanien. Kann ich vielleicht sogar noch in meine Maskenweltreise, die ich aktuell drehe, mit aufnehmen. Das wäre ja ganz cool, ne. Ähm, steht es hier. Hier, zum Wochenbeginn am Montag gibt es viel zu tun. Füllen Sie die aktive Energie des Ginseng-Extrakts mit Zweifachwirkung. Kollagen strafft und kräftigt die Haut. Ginseng wirkt stärkend und beugt Alterungserscheinungen vor. Ja, vielen Dank. Kann ich gut gebrauchen, definitiv. Ähm, ja, wird auf jeden Fall getestet. Nice. So, das nächstgrößere ist auch sehr passend dafür. Das kann ich in Kombi verwenden. Auch von IDC Institute. Unicorn Magical Mask. Eine Augenmaske. Kollagen und Vitamin C. Anti-Age and Brightening. Genau. Das ist für die untere Augenpartie. Das soll dann entsprechend aufhellen. Und Vitamin C ist auch nice wohl. Keine Ahnung, vertrage ich nicht immer. Manchmal vertrage ich es. Tragen Sie die Maske um die Augen für circa 20 bis 30 Minuten. Mhm. Ja, ne. Das ist nice. Eine Unicorn Mask. Normalerweise habe ich ja von Mizon die in diesem Pöttchen, kann ich hier zeigen, kann ich hier gerade stehen, weil ich nachher noch das nächste Maskenvideo machen werde und ein Teil davon halt, ne. Finde ich halt nachhaltiger, weil da hast du 60 Stück drin, das heißt für 30 Anwendungen. Und wenn man überlegt, 30 Anwendungen, hast du diesen Pott Müll, 30 Anwendungen von sowas, hast du 30 davon Müll, ne. Das ist halt irgendwo muss man oder wenn man irgendwo Verpackungsmüll einsparen möchte, muss man halt oder sollte man oder fängt man eigentlich automatisch eher klein an. Man kann nicht alles von jetzt auf gleich ändern. Ja, und das ist mit Hyaluronsäure, das ist ganz nett, kann ich gut im Kombi verwenden. Doch. So, wir waren bei den Augen, wir bleiben bei den Augen. Da habe ich von Max Factor 2000 Calorie Curl Addict Rich Volume and Curl. Das ist eine Mascara. Die habe ich ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Finde ich ziemlich scharf. Die sieht hübsch aus. Also von Max Factor habe ich einen Blush, den ich unglaublich feiere. Den hatte ich eine ganze Zeit lang auch hier auf meinem Schminktisch stehen, aber ab und an muss man ja auch mal durchtauschen. Und habe mich dann halt wirklich jeden Tag damit geschminkt und den fand ich auch ultimativ gut. Die haben einen richtig guten Bronzer. Ja, aber sonst, ne. Damals habe ich eine Foundation von Max Factor verwendet, als ich jugendlich war. Das war dann so meins. Das war so eine Zwei-Phasen-Foundation. Eine ganz verrückte Geschichte. Das habe ich jahrelang gemacht. Aber ansonsten, jetzt so, ne, mit meinen 31 Jahren habe ich gar nicht mehr so viel von Max Factor. Wow, die sieht ja witzig aus. Das ist so ein kleines, dickes, gebogenes Kunsthabbürstchen mit sehr, sehr langen Bursten. Das sieht wirklich vielversprechend aus. Also das wird dann auch im Fullface vorkommen. Riecht nach Mascara. Und wenn ich mir die Wimpern mit sowas tusche, ne, dann nehme ich dieses Gebogene nach oben und setze mir das wirklich ganz nah an den Wimpernkranz und ziehe das dann hoch. Ich habe jetzt natürlich getuschte Wimpern. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber, und ich bin ein bisschen weit weg vom Spiegel, ne? Aber ich meine, ne, ich mache jetzt eine Schicht drüber und da sehe ich auf jeden Fall, dass sich was tut. Also das ist jetzt nicht nur etwas, was heftig aussieht, sondern ich kann mir wirklich vorstellen, dass die auch, wenn ich die Solo tragen würde, gut was mit den Wimpern anstellen wird. Finde ich cool. Ne? Nice. Ja, auf jeden Fall. Nicht oft, dass man eine Mascara in der Box mit drin hat. Deswegen finde ich das cool. So, das waren jetzt schon drei Produkte und wir haben hier noch, ich glaube, drei weitere drin. Das erste, was ich hier rausnehme, das sieht fancy aus. Das ist ein Pinsel, aber nicht einer mit Bursten. Der kommt, also es sieht mich so asiatisch von der Schreibweise her aus. Das scheint so ein Maskenpinsel zu sein. Guck mal. Ja, so silikonmäßig da oben dran, ne? Geil. Ist ja nicht echt geil. Steht hier im Heftchen. Professioneller Maskenpinsel. Das ist nicht schlecht. Mein professioneller Maskenpinsel ist eigentlich ein Foundationpinsel, den ich umfunktioniert habe quasi. Ja, das ist schon sehr interessant. Das stelle ich mir auch so geil vor. Den werde ich auf jeden Fall heute Abend nehmen, wenn ich mir eine Maske auftrage. Kann man nämlich schön dann das aufnehmen und dann so richtig professionell das so. Nicht nur für YouTuber ist es cool, sondern auch für dieses Self-Feeling at home, wenn man einfach zu Hause sich ein bisschen fancy fühlen will. Da mag ich sowas. Ich glaube, sowas hatte ich auch nicht. Sowas habe ich in ganz kleinen als Lidschattenauftragepinsel, den ich jetzt aber gerade ad hoc hier... Doch, ne? Den ich jetzt nicht auf den ersten Blick bei meinen Pinseln... Doch. Denken und reden gleichzeitig ist auch ein Traum, ne? Der kommt von Morphe. Siehste? Das ist auch so einer. Das ist quasi das Baby. Das ist die Mama. Finde ich scharf. Damit kann man nämlich auch richtig gut Pigment aufs Auge bringen. Naja, das muss er damit jetzt hier nicht machen, ne? Das heißt, du arbeitest sehr filikran mit der Spitze. Könnte das was werden. Aber nein, ich verwende den zum Maskeauftragen. Finde ich cool. Richtig geil. Also für mich als Masken-Junkie echt voll das geile Produkt. Okay. Dann habe ich hier ein Stück drin. Genau, die haben auch geschrieben, wenn die halt so Produkte drin haben, die nicht Full-Size sind, dann ist es quasi so ein Goodie. So ein Add-on. Das steht auch nicht im Heftchen mit drin. Das ist nicht preislich aufgeführt. Beziehungsweise hier steht plus Geschenkseife. Ne? Das steht hier dann unten drin. Und ja, das ist einfach ein Stück Seife. Und zwar von One For You. Sagt mir nichts, die Marke. Finde ich aber jetzt in der aktuellen Situation ganz nice. Ich verwende sowas tatsächlich sowohl... Hallo. Danke. Sowohl zum Händewaschen als auch für meine Pinsel zum Waschen. Deswegen für mich ein super Produkt. Riecht angenehm. Leicht blumig. Gleich muss ich niesen. Kennt ihr das, wenn ihr an so Seifensachen riecht oder an Parfum? Aber ich kann nicht niesen. Ne. Na, alles gut. Also war es. Okay. Ja, eine Maske. Eine Seife. Nice. So. Das letzte Produkt, was wir hier drin haben. Übrigens ist ja auch noch etwas Schonungsgrübelpapier mit drin, damit hier nichts kaputt geht. Was ich eigentlich ganz cool finde. Hier hätte jetzt, glaube ich, nicht so viel kaputt gehen können. Aber, naja, das hier ist Brow This Way. Brow Styling Gel. Richtig geil. Mit Arganöl. Und zwar von Rimmel London. Das finde ich richtig cool. Feiere ich hart. Werde ich auf jeden Fall in meinen Full Face Beauty Boxen mit übernehmen. Wie findet ihr eigentlich diese Idee mit diesem Full Face Beauty Boxen? Wir kamen das letztens mal. Und ich finde es eigentlich ganz witzig. Ja. Bin ich auch ganz gespannt drauf, wie das dann am Ende aussieht, ne? Ja. Ist einfach so ein, äh, klares Gel mit einem, äh, kegelförmig zusammengehendes, äh, zusammengehenden Kunsthabbürstchen. Was so halb klein ist. Also es ist nicht wie ein normales Mascara-Bürstchen von der Größe her. Es ist aber auch nicht so winzig, wie ich das bei anderen Augenbrauen-Gelen so kenne. Jo. Also das war eine coole Box, ne? Wir sind ja alle sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Wir hatten letztes Mal auch eine Lidschattenpalette mit drin. Ähm, wir hatten, ähm, wir hatten, also, ne, verschiedene Masken auch immer mal wieder mit drin. Ich finde es cool, dass wir irgendwie gefühlt jedes Mal eine Maske mit drin haben, weil das für mich echt, ich feiere das, ne? Also ich als Masken-Fan komme hier wirklich voll auf meine Kosten. Ich als Beauty-Fan halt auch, weil ich hier echt immer ordentlich viel dekorative Kosmetik drin habe. Also ich meine, ne, zwei dekorative Kosmetik-Produkte, die nicht in jeder Box so zu finden sind, finde ich mega. Und, ähm, ja, wir haben gute Produkte drin, die nicht exorbitant überteuert sind, sodass, wenn man die lieb gewonnen hat, man sie trotzdem nachkaufen kann. Ich denke auch, dass wir ein Preis-Leistungs-Verhältnis haben, was durchaus in Ordnung ist. Und, ähm, ja, ich bin nach wie vor gespannt auf die nächsten Boxen, die da kommen. Bin aber von den ersten drei Boxen, die jetzt so auf den Markt gekommen sind, echt, bin zufrieden. Definitiv. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich weiß nämlich, dass das Team von Elektra Beauty Box auch gerne mitliest. Das heißt, wenn da auch konstruktive Verbesserungsvorschläge drin sind, Wünsche oder irgendwelche Anregungen von eurer Seite, das wird auch wirklich sich zu Herzen genommen. Dementsprechend schreibt mir das gerne unten rein und, ähm, ja, genau, dann teilen wir das einfach miteinander. Meine Meinung habt ihr gehört. Ich bin auf eure gespannt. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denn ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty Box Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.